Hallo YouTube und herzlich willkommen zu eurer Ausblickfolge zur Delny, neuer Forschungsbaumzerstörer der russischen Marine in dem Gandide-Zweig. Und hier gibt es alle Infos rund um dieses Schiff. Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkapitäne, schön, dass ihr mit dabei seid. Ihr wollt euch über die Delny informieren, dann seid ihr jetzt hier genau richtig. Wir wollen nämlich gucken, was macht die Delny eigentlich besonders und wo hat sie möglicherweise Verwandtschaft mit anderen russischen Zerstörern. Die Delny wird ja die Kabarowsk beerben, sozusagen in eine der nächsten Updates im ersten Quartal 2022 wird es wahrscheinlich irgendwann soweit sein. Da geht die Kabarowsk dann nämlich in die Waffenkammer und wird dafür Kohle weiter erhältlich sein. Und die Delny wird dann den Platz der Kabarowsk einnehmen. Als Folge-Forschungsbaumschiff, nachdem man die Taschkent dann eben hochgegrindet hat, dann erforscht man dann irgendwann die Delny als 10er-Forschungsbaumschiff. Wie das alles jetzt vonstatten geht, das wollen wir euch in diesem Video natürlich auch erklären. Das Video wird ein bisschen länger sein. Darum, wir haben Kapitel eingesetzt, da könnt ihr dann ohne Probleme hin und her springen, um euch die Informationen zu holen, die ihr zur Delny noch haben wollt. Und keine Sorge, ihr seid noch im richtigen Video, auch wenn ich jetzt hier gerade die Kabarowsk einblende. Jetzt geht es nämlich darum, wie dieser Austausch stattfindet. Es gibt ja vier verschiedene Szenarien eigentlich, die da grundlegend zutreffen. Und das möchte ich jetzt einmal kurz erklären, wie wir dann sozusagen kompensiert oder ausgeglichen werden als Spieler, die die Kabarowsk zum Beispiel schon haben. Szenario Nummer 1, wir haben die Kabarowsk noch gar nicht erforscht, nicht im Hafen und auch keine Premium-Tarnung für die Kabarowsk. Das heißt, am Ende, wenn der Austausch stattgefunden hat, könnt ihr die Kabarowsk irgendwann in der Waffenkammer für Kohle freischalten, wenn ihr den möchtet. Und wenn ihr den russischen Gandidee im Forschungsbaum nach oben fahrt, dann könnt ihr dann, nachdem ihr die Taschkent eben durchgegrindet habt, dann die Delny ganz normal freischalten. Also nichts Besonderes, so wie sonst auch immer. Und jetzt kommen wir zum ersten Szenario. Ihr habt die Kabarowsk irgendwann mal erforscht, habt sie aber jetzt nicht im Hafen. Ob ihr den Baum resettet habt oder warum auch immer, die sie nicht im Hafen habt, spielt dabei eigentlich keine Rolle. Aber ihr habt keine Premium-Tarnung für diese Kabarowsk gekauft, sondern ihr habt sie einfach halt nicht mehr. Dann passiert folgendes, wenn diese Schiffe ausgetauscht werden, bekommt ihr die Kabarowsk geschenkt und könnt sie dann ganz normal verwenden. Und müsst dann mit der Taschkent euch wieder nach oben grinden, also mit dem 9er Boot, wenn ihr das noch im Hafen habt, um dann eben die Delny freizuschalten. Die 50% Credits habt ihr ja schon bekommen, wenn ihr zum Beispiel den Forschungsbaum resettet habt oder einfach so die Kabarowsk wieder verkauft habt, weil sie euch nicht liegt oder wie auch immer. Also den Credit-Punkte-Bonus, den habt ihr quasi im Vorfeld schon erhalten. Dann gibt es das nächste Szenario, ihr habt die Kabarowsk im Hafen. Das heißt, ihr habt sie erforscht und ihr habt die Credit-Punkte ausgegeben, um sie so wie ich hier im Hafen zu haben. Dann bekommt ihr die Kabarowsk geschenkt, 50% Credits wieder gutgeschrieben und ihr dürft die Delny ganz normal erforschen, wie jeder andere auch. Dann halt mit Free XP oder man fährt die Taschkent weiter, um da EP drauf zu haben, um dann die Delny eben freizuschalten. Und dann gibt es Variante 4, ihr habt die Kabarowsk im Hafen und habt sie logischerweise dann auch erforscht und ihr habt eine Premium-Tarnung, irgendeine Premium-Tarnung bei der Kabarowsk, so wie ich das jetzt hier zum Beispiel habe. Ich habe hier nämlich die Mutant-Kabarowsk-Tarnung und eben Zermallen- und Zerstören-Kabarowsk-Tarnung. Und dabei spielt es keine Rolle, ob ihr jetzt die Typ-20-Kabarowsk-Tarnung habt oder nicht. Es geht um irgendeine Premium-Tarnung. Dann haltet ihr die Kabarowsk geschenkt. Ihr bekommt 50% Credits wieder zurück. Das sind übrigens bei der Kabarowsk 9,4 Millionen Credits. Und ihr behaltet natürlich die Premium-Tarnung, die ihr auf der Kabarowsk habt. Dann bekommt ihr dazu eine Premium-Tarnung für die Delny geschenkt. Aber die Delny muss, wie bei allen anderen Szenarien auch, natürlich ganz normal erforscht werden. Dann eben mit der Taschkant wieder fahren oder eben Free-XP einsetzen und die Delny erhalten. Einen wichtigen Hinweis gibt es vielleicht jetzt noch für die vielleicht nicht so erfahrenen Spieler. Wichtig ist jetzt, lasst euch nicht dazu verleiten, jetzt unbedingt schnell noch die Kabarowsk nach oben zu farmen und zu kaufen. Ihr könnt sie gerne nach oben farmen, erforscht sie aber nur, kauft das Schiff aber nicht. Gerade wenn es dann knapp ist zum Umtauschstatum, je nachdem wann ihr dieses Video hier seht. Weil ihr ja vorher quasi 18,5 Millionen Credits sowieso ausgeben müsst. 18,8 Millionen, um ganz genau zu sein. Um dieses Schiff im Hafen zu bekommen, bekommt aber nur die Hälfte der Kreditpunkte wieder zurück. Und angenommen, ihr macht das jetzt an einem Mittwoch und am Donnerstag kommt das Update, ist das halt Kreditpunkte verbrennen pur. Ja, das macht gar keinen Sinn. Und deswegen einfach nur dieses Schiff erforscht haben, reicht vollkommen aus. Es muss nicht gekauft sein. Nachdem wir jetzt die Szenarien ein bisschen durchprobiert haben, kommen wir jetzt zur Geschichte von der Delny. Da gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen, weil es ist am Ende ein Entwurfschiff aus dem Jahr 1952. Will Wargaming halt einen Plan gefunden haben. Die Delny ist ein Projekt für einen Zerstörer-Flottillenführer der Tashkent-Klasse. Erkennt man doch sofort relativ schnell wieder, dass das irgendwann mit der Tashkent zu tun hat. Der auf Grundlage der Kriegserfahrung verbessert wurde. Die unterscheidet sich von ihrem Prototyp hinsichtlich der Zusammensetzung ihrer Torpedo-Bewaffnung und ihrer modernen Artillerie-Systeme, die auf einem Nachkriegsentwurf beruhen. Sieht man auch sofort, die Tashkent hat 3x3, während wir hier 2x5 Torpedos dabei haben. Bei der Artillerie ist es aber, soweit man hier im ersten Moment sehen kann, relativ gleich. Und nun wollen wir uns die Panzerung bei der Delny mal ein bisschen genauer angucken. Im ersten Moment sieht es gar nicht so groß unterschiedlich aus, aber ein paar Sachen sind dann doch anders. Erstmal bei den Aufbauten haben wir 13mm Panzerung. Das kennen wir mehr oder weniger von den D-10, 9 und 8 Zerstörern schon. Hier vor Schiff und hinter Schiff haben wir dann 19mm Panzerung. Und da können wir auf jeden Fall schon mal auf eine Besonderheit hinweisen. Denn bei der Cabaross haben wir hier drauf 25mm Panzerung und bieten damit halt auch Abprallwinkel, wenn es drauf ankäme, bis 356mm AP und SAP Kaliber. Und wir haben hier an der Seite bei der Cabaross halt auch nochmal 50mm Panzerung. Und das fehlt jetzt hier halt. Hier haben wir durchgehendes Deck mit 19mm. Aber wir haben wohl den Zentralbereich mit den 50mm Panzerung eben behalten und bieten damit, und können das eben effektiv nutzen, Abprallwinkel sogar gegen Shikishima-Granaten. Sollten wir halt schräg beschossen werden, können wir uns vielleicht noch ein bisschen anwinkeln und dann nehmen wir null Schaden. Also nicht mal die 10% die Schlachtschiffe üblicherweise auf Zerstörern machen, sondern eben gar keinen. Das ist halt wirklich eine tolle Fähigkeit, muss man ganz ehrlich sagen, wenn man sie denn richtig einsetzt und sich situationsbewusst verhalten kann. Die 50mm Panzerung haben aber auch Nachteile, ist natürlich ganz klar. Und zwar gerade dann, wenn Kreuzer, also sagen wir mal 203mm Kreuzer, auf euch schießen, dann könnte eben diese 50mm Panzerung ausreichen, um die AP-Granaten eben scharf werden zu lassen. Was eben bei 19mm Panzerung, wenn die hier durchgehend wäre, möglicherweise nicht der Fall ist. Das ist einfach nochmal so eine Sache. Und die 50mm haben wiederum auch einen Vorteil, natürlich im Gun-Duell gegen andere Zerstörer. Weil wenn die nicht merken, ey, ihr seid ja eine Dellen, ihr habt 50mm Panzerung an der Seite und nicht auf AP umstellen, dann kann es halt passieren, dass die HE-Granaten gar keinen Schaden machen, wenn sie immer auf diesen Bereich hier schießen und treffen. Weil 50mm Panzerung in der Regel von Zerstörern mit HE-Granaten gar nicht durchschlagen wird. Sondern da muss dann halt wirklich AP benutzt werden, um da eben durchzukommen. Wenn wir uns jetzt noch die ganzen Sachen ein bisschen ausblenden, dann sehen wir hier nochmal den Zentralbereich. Auch wie gesagt, ist keine Zitadelle. Und es ist natürlich auch immer noch dieselbe Funktion, dass Schlagschiffgranaten ab Global Watt waren da 280mm Kaliber. Kann sein, dass da dann noch irgendwie 1-2mm mehr waren. Sowieso nur 10% Alpha-Damage auf einem Zerstörer machen können. Aber eben alle Kaliber da drunter können dann halt auch ganz normal penetrieren. Also ein Drittel Schaden verursachen. Ja, wie gesagt, das ist der Zentralbereich. Außen 50mm hier quer. Ab haben wir 19mm und hinten halt hier auch 19mm. Jetzt wollen wir uns die Werte der Delny angucken und die ein bisschen mit der Kavaros vergleichen. Wo sind da Unterschiede? Das Erste, was wir haben, ist, bei der Überlebensfähigkeit haben wir 200 Trefferpunkte mehr. Ist nice to have. Mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Bei der Artillerie, da fehlt uns was. Und zwar ein Geschützturm. Wir haben hier nämlich nur 3x2 130mm Kaliber. Wir verschießen H, E und AP-Granaten. Die Ladezeit wird um eine halbe Sekunde reduziert auf 4,5 Sekunden. Und wir haben hier standardmäßig eine deutlich höhere Reichweite von plus 1,9 Kilometern. Also in Summe dann 13,1. Während eben die Kaba 11,24 Kilometer weit schießt. Dann kann man noch sagen, Sigma-Wert natürlich 2.0. Streuung 113 mal 68 Meter. Dann kommen wir schon zur HE-Granate. Da ist in dem Sinne fast nichts anders. Der Alpha-Damage ist gleich. Die Durchschnittskraft mit 22 Meter ist gleich. Also ein Sechstel Penetration. Und dann haben wir eine Änderung bei der Mündungsgeschwindigkeit. Denn die HE-Granate wird wahrscheinlich direkter fliegen. Die fliegt nämlich 50 Meter pro Sekunde schneller. An einer Mündung, einen Meter nach Mündungsaustritt gemessen ist er, glaube ich, als bei der Kaba. Denn die hat nur 900 Meter die Sekunde. Auch bei der AP-Granate, lasst euch nicht verwirren, dass da SAP 42 steht. Das ist einfach eine ganz normale, panzerbrechende AP-Granate. Auch da der Alpha-Damage gleich. Standard-Aprallwinkel. Die wir eben auch schon von der Taschkent kennen. Wir haben dann hier auch einen Zündverzöger von 0,010 Sekunden. Nachdem wir 22 Millimeter Panzerung durchschlagen haben, löst der dann eben aus. Auch hier 950 Meter die Sekunde als Mündungsgeschwindigkeit angegeben. Bei den Torpedos, da haben wir, hatte ich ja schon vorhin gesagt, 2x5 Torpedos anstatt 3x3, wie bei der Taschkent. Das ist ja quasi dann irgendwie eine logische Veränderung mit einer verbesserten Torpedo-Bewachung, wie sie das so geschichtlich wohl rausgebunden haben wollen. Wir haben jetzt hier eine Ladezeit von 129 Sekunden und haben eben jetzt nicht mehr diese Kurzstummel-Torpedos, die wir von der Khabarovs noch kennen, mit 6 Kilometer, die man quasi nur im cleveren Fahren hinter einer Insel oder so dann noch einsetzen konnte. Hier können wir definitiv auch verdeckt torpen, wenn wir das Schiff dementsprechend skillen. Wir haben ja standardmäßige Erkennbarkeit von 9,4 Kilometer ohne Tarnung. Also dementsprechend sind wir schon, können wir verdeckt torpen, auch ohne, dass wir irgendwas für die Tarnung getan haben. 15.100 Alpha-Damage entspricht den Taschkent-Torpedos. Auch die Wassereinbruchswahrscheinlichkeit von 250 Prozent ist komplett identisch. Nur, dass unsere Torpedos hier 2 Kilometer weiter schwimmen, als das, was die Taschkent mitbringt. Denn die Taschkent macht 8 Kilometer, wir machen jetzt hier 10. Und im Vergleich zur Cover haben wir dann sogar 4 Kilometer mehr Reichweite. Bei den Wasserbomben haben wir auch einen Vorteil, denn wir haben jetzt hier 2 Ladungen A16-Bomben. Die Kabarovs hat 2 Ladungen A10-Bomben. Dann geht es weiter mit der Flugabwehr. Da haben wir beim kontinuierlichen Schaden fast keinen Unterschied. Ja, bei der Mittelstrecke und so weiter, die verschiedenen Auren, die unterscheiden sich leicht. Aber im kontinuierlichen Schaden macht das im Wesentlichen kaum einen Unterschied. Bei den Granatenexplosionen haben wir eine weniger und 70 mehr Alpha Damage pro Explosion. Das ist vielleicht auch nur mal zu erwähnen. Und dann kommen wir schon zur Manövrierbarkeit. Wir haben hier standardmäßig 43,5 Knoten, sind also einen halben Knoten schneller als das, was die Kabarovs so bietet. Und beim Wendekreisradius mit 760 Meter sind wir gut aufgestellt. Und bei der Ruderstellzeit, da sind wir dann richtig stark aufgestellt, weil da ist die Kabar natürlich mit über 11 Sekunden angegeben, während wir dann hier nur mit 5 Sekunden arbeiten müssen. Also ich würde mal sagen, ein ordentlicher Waff. Der Wendekreisradius ist übrigens gleich mit dem, was die Kabarovs so hat. Bei der Verborgenheit, da sehen wir dann auch wieder viel besser aus. Standmäßig hat die Kabar ohne Tarnung eine Verborgenheit von glatt 10 Kilometer. Und wir fangen hier schon bei 9,4 Kilometer an und können dann dementsprechend weit runter skillen. Ich glaube, 7,6 oder so ist drin, wenn man komplett auf Tarnung skillt. Und auch hier der Wert natürlich, wenn wir im Nebel stehen und schießen, 3,7 Kilometer ist vielleicht noch mal zu erwähnen. Jetzt kommen wir kurz zur Ausrüstung. Ich habe das Schiff jetzt gerade geskillt und ich habe dann hier die Module eingebaut. Gehe hier natürlich dann auch auf Reload-Geschwindigkeit. Reichweite kann man hier nicht skillen. Und dann auch auf Wendigkeit, weil ich das Schiff als offenen Gandidee fahren möchte. Inklusive dann auch der Reparaturmannschaft, die 0,5 Prozentpunkte der Gesamtrefferpunkte hier wieder heilt. Und 50 Prozent Pen-Schaden wird hier eben angerechnet, soweit ich das weiß. Dann geht es schon weiter mit dem Kapitän. Der sieht dann nämlich hier so aus. Ich versuche hier mal eine Version mit dem Blenden. Das heißt, ich gehe auf und die Streuung der Gegnergranaten wird 20 Prozent für 15 Sekunden erhöht. Ich glaube, dass das helfen kann. Muss mal gucken. Könnte auch sein, dass ich das dann nochmal umbaue. Weil man eigentlich ja dann permanent offen ist und nur in den ersten 20, also 15 Sekunden davon profitiert. Dann würde ich hier eventuell noch auf den Hauptbatteriespezialisten gehen oder hier auf den Inspekteur. Und dann höre ich ja noch einen, da würde ich dann den Beschussalarm oder so dann skillen. So, und dann haben wir eigentlich nur noch die Ausrüstung. Also in Sachen Signalflaggen haben wir dann hier Doppelbrand, Flutungschance, Reparaturflagge drauf und so weiter. So werde ich diese Chiff dann weiter ausprobieren. Wir haben jetzt hier eine Vollreichweite von 15,8. Bei den Trefferpunkten haben wir ordentlich zugelegt auf 26,2. Ich habe jetzt vier Sekunden Ladezeit. Da ist der Raufbold noch nicht abgezogen. Also habe ich dann eigentlich schon 3,6, sobald ich eben entdeckt bin. Und mit Adrenalinrausch geht er dann noch weiter runter von der Ladezeit der Hauptbatterie her. Bei der Verborgenheit sind wir, wie gesagt, 8,2 jetzt erkennbar. Wir haben eine Höchstgeschwindigkeit, die haben wir nochmal gesteigert mit Sierra Mike auf 45,7 Knoten. Und die Ruderstätte ist jetzt vier Sekunden statt der fünf, die wir am Anfang eben hatten. Und ich glaube, dann gibt es hier noch eine Änderung bei der Flugabwehr. Genau, da haben wir jetzt eine Explosion mehr und dann 1932 Alpha Damage. Wobei bei vier Explosionen, naja, da muss der CV dann eben entsprechend schon mal ein bisschen geschlafen haben, damit er dann eine Explosion davon trifft. So, und das war es schon, was wir zur DELNI zusammenfassen wollten und euch zeigen wollten. Ich hoffe, das Video war für euch informativ. Wenn es so ist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, den Kanal kostenlos abonniert und die Glocke drückt, damit ihr kein zukünftiges Video mehr verpasst. Wollt ihr mit World of Warships oder uns in Verbindung bleiben, dann schaut gerne mal in die Beschreibung. Da gibt es weitere Links und auch eine Beschreibung, wie man die meisten Vorteile über eine Anmeldung bei World of Warships eben rausholen kann. Würde mich sehr freuen, wenn ihr den nutzt. Nebenbei unterstützt ihr natürlich auch hier diesen Kanal, aber für euch natürlich komplett kostenlos. Ich sage jetzt, danke für eure Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Siegrotz Team. Euer Andi. Ciao, ciao.